Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute habe ich vier Aktien mitgebracht, die auch alle vier in meinem Depot sind und die sozusagen mein Fundament im Depot halt ausschmücken. Das sind solide Unternehmen, wir sehen auch schon die erste Aktie, Johnson & Johnson aus USA, Pharmaunternehmen, kennt wahrscheinlich auch jeder. Die haben auch zum Beispiel hier BB-Creme und solche Sachen. Ja, schauen wir uns einfach mal das Unternehmen aus dem Bereich Zahlen mal etwas genauer an. Und zwar hier sehen wir, also Gewinn pro Aktie ist stets am Steigen. Das ist die grüne Linie hier, die grüne Berge kann man da sagen. Und die Dividende ist der blaue Balken hier, ist auch am Steigen von links unten nach rechts oben. Also so wie man es halt haben möchte, Gewinn pro Aktie ist am Steigen, die Dividende ist am Steigen. Was will man denn als Dividendenjäger denn mehr? Ja, und dazu muss man sagen, Johnson & Johnson aus dem Pharma-Bereich ist sehr solide aufgestellt. Ja, dann schauen wir uns hier auch noch einfach mal an, wie ist denn das Unternehmen derzeit bewertet. Und hier schauen wir 2020, also das KGV liegt bei 20 und die Dividendenrendite liegt bei etwa 2,6%. Dann, der faire Wert würde sozusagen bei 120 Euro liegen, basierend auf einem 10er, 10-Jahres-KGV von, haben wir gesehen, von 20 ungefähr. Und ein Gewinn pro Aktie bei etwa 7,20$ hätten wir ungefähr einen fairen Wert bei 120 Euro. Und deshalb ist der Kurs bei 123 Euro. Bedeutet, das Unternehmen ist nur ganz, ganz leicht überbewertet. Also man kann sagen, eigentlich sehr fair bewertet. Dazu nehme ich auch hier nochmal die Bewertung. Das ist übrigens der Aktienfinder von Thorsten Dieth. Falls du dich fragst, was für ein Screener das ist. Und zwar, so, dann schauen wir uns hier einfach nochmal an die Bewertung. Finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Hier müsste ich das wahrscheinlich ein bisschen kleiner machen, damit wir auch das besser sehen können. So, und zwar, was machen wir hier? Wir schauen uns, ich glaube gerade, das KGV liegt hier, ja, zwischen 13 und 20. Das ist in Ordnung. Wir können uns auch mal einfach mal diesen Bereich hier anschauen. So, da haben wir ein KGV von 20. So, die Wenderendite ist im Schnitt bei 2,7%. Und dann nehmen wir an. Wir sind jetzt bei, hier vorne liegen wir, bei etwa 149 US-Dollar kostet die Aktie in Dollar. Und wenn wir jetzt annehmen, die nächsten zwei Jahre, oder sind es drei Jahre, genau, nehmen wir ein moderates Wachstum an. Und zwar nehme ich hier noch die Hilfskurse dazu. Dann können wir das besser durchrechnen, was uns quasi erwarten kann. Also, der Fährwert lag ja bei etwa 150 US-Dollar, also bei 123 Euro. Und hier befinden wir uns auch gerade quasi so. Und dann nehmen wir mal an, wir wachsen in den nächsten drei Jahren von 150. Wir sehen hier, wie der Kurs sich bewegt. Wachsen wir auf etwa 170. Also da, wo auch die faire Wert der Dividende wäre. Da sehen wir auch, die ist eigentlich immer recht durchschnittlich auch dabei. Man kann ungefähr hier sagen, bis dahin werde ich wachsen. Dann hätten wir eine Jahresrendite für die nächsten drei Jahre zu erwarten, etwa von 7% auf Johnson & Johnson. Also insgesamt Rendite für die nächsten drei Jahre, 23% wäre möglich, wenn wir annehmen, dass der Kurs 2023 bei etwa 171 US-Dollar stehen könnte. Und das kann ja auf jeden Fall, wir sehen hier auch den Gewinn, der geht hier nach oben. Und das könnte auf jeden Fall durchaus möglich sein, weil Pharmaunternehmen sind in den nächsten Jahren, so ist meine persönliche Meinung, nur meine Meinung, auf jeden Fall ein Gewinner. Und Johnson & Johnson gehört einfach dazu, die haben ein sehr großes, breites Umfeld, also Bereich, was die alles tätigen. Da könnte durchaus noch weiterhin sogar wachsen, also vielleicht sogar 78 oder 186 US-Dollar in drei Jahren, könnte durchaus möglich sein. Also wir werden aber festhalten, wenn wir konservativ das Ganze mal durchrechnen, haben wir jetzt einen fairen Wert auf Johnson & Johnson. Und dazu, wenn wir das Ding jetzt im Depot haben, wie ich zum Beispiel, dann könnte ich ungefähr erwarten, so 7 bis 8% Rendite für die nächsten drei Jahre im Schnitt. So, also für mich absolut in Ordnung für ein so ein großes und defensives und solides Unternehmen wie Johnson & Johnson. Deswegen auch bei mir eine meiner größten Positionen, ich glaube die dritte oder vierte größte Position im Langfrist-Depot. So, also Johnson & Johnson, fair bewertet, Aussichten etwa 7 bis 8% Rendite möglich. Dann schauen wir uns das zweite Unternehmen, das finde ich sehr, sehr spannend. Und deswegen habe ich das jetzt eigentlich das Video auch gemacht, eigentlich wegen Procter & Gamble, weil mir aufgefallen ist, dass Procter & Gamble in den letzten Wochen oder ein, zwei Wochen vom Kurs, ich glaube von 123 oder 125 Euro jetzt auf etwa 113 Euro gefallen ist. Ja, und dann schauen wir uns einfach mal an, wie sieht das Ganze denn hier aus. Hier sehen wir, Gewinn pro Aktie ist 2019, 2020 bei etwa 5 Dollar pro Aktie. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall viel höher als die letzten Jahre. Die Dividende wurde auch, oder ist am gestiegen, also die ist am steigen, die Dividende. Wir sehen hier, 2020 sollen wir etwa bei einer Dividende von 3,10 Dollar liegen, also doch schon recht ordentlich. Dann haben wir Umsätze, die sind natürlich in den letzten Jahren hier besser gewesen, aber in den letzten zwei, drei, vier Jahren ist das Unternehmen wieder, hat einen kleinen Aufschwung gehabt. Wir haben mehr Gewinne erzielt. Das sehen wir hier, eine höhere Gewinnmarge, also Nettomarge, 18%, 19%, jetzt etwa bei, ja, bei 19%. In den nächsten Jahren wird angepeilt etwa 20% bis 22% Nettomarge, bedeutet natürlich auch mehr Gewinn. Der Umsatz ist ja auch am steigen, das ist auch sehr, sehr schön. Ich habe das Unternehmen hier 2016, 2017 habe ich das gekauft hier, da wo es hieß, ja, Procter & Gamble wird nicht mehr wachsen, das ist stagniert, das Unternehmen ist zu groß, da kommt einfach nichts mehr und damals kostete, glaube ich, die Aktie etwa bei 65 Euro. Ich habe mich damit gut eingelegt, 2016, 2017 und bin jetzt, wie gesagt, sehr, sehr gut im Plus, etwa 80, 90% und das Unternehmen wächst wieder. Also ich habe überzeugt, ich war damals überzeugt, dass das Unternehmen weiterhin intakt sein wird und ich wurde halt nicht bestraft, sondern auch eher belohnt und in den nächsten Jahren soll es auch weiterhin wachsen. So, also Procter & Gamble ist jetzt auch wieder vom Kurs ein paar Prozente gefallen. Wie gesagt, ich glaube so um die 6, 7, 8%, ja, wenn ich sogar, vielleicht sogar 10% vom Kurs gefallen, könnte sogar sein. Ja, und dann schauen wir uns auch mal an, wie ist denn das Unternehmen denn jetzt bewertet? So, dazu nehmen wir wieder hier 2020 und zwar, der faire Wert liegt bei 102 Euro, das 10-Jahres-KGV liegt bei 23, also etwas höher als bei Johnson & Johnson und der Kurs liegt bei 113 Euro, das bedeutet in diesem Fall etwas überbewertet, weil der faire Wert liegt bei etwa 103 Euro, der Kurs liegt aber bei 113, 114 Euro, also hier haben wir ungefähr 10 Euro Überbewertung, sind ungefähr so 10% drüber. So, und jetzt schauen wir uns auch die Bewertung dazu an, wie das Ganze hier aussieht. Dazu nehmen wir hier auch Hilfslinie und ein paar Sachen machen wir mal weg hier, ein bisschen zu viel. So, brauchen wir nicht, dann schauen wir uns mal das KGV an. KGV liegt ja zwischen 17 hier und 24, also hier etwas höher, also betrachten wir mal das hier vorne, nehme ich mal. Betrachten wir, so, und dann haben wir hier, der aktuelle Kurs ist bei 137, wir lagen, wie gesagt, die letzten Wochen mit auch schon bei 144 US-Dollar. Aber, wenn natürlich es so weiterhin die, ich sag mal, ja, das Problemchen mit dem Covid weiter so läuft, vielleicht kriegen wir noch etwas bessere Kurse oder sogar noch schlechtere Kurse bei Procter & Gamble, weil natürlich so eine wie Korgate, Wiener, PepsiCo, Wiener, Unilever, Johnson & Johnson. Das sind Unternehmen halt, die sind sehr stabil gelaufen auch in den letzten Wochen, Monate. Und da könnte man auch sagen, es könnte auch weiterhin nach oben gehen, der Kurs. Also, wir schauen uns mal an, was könnte ich denn erwarten. Ich nehme hier also meine Linie hier und sage, wir können hier bis, ja, ja, so, und, also die Hilfslinie ist da nicht mehr da. Bei 145, wenn wir auf den alten Stand wiederkommen von zwei Wochen, dann hätten wir hier schon alleine eine Renditeerwartung von fast 5%. Also, nur wenn wir auf den letzten Kurs vor Wochen wiederkommen, das, denke ich mal, wird auf jeden Fall Procter & Gamble zu schaffen sein, auf die nächsten drei Jahre und somit würde man hier auf jeden Fall etwa 5% erwarten. Ich erwarte aber noch etwas mehr bei Procter & Gamble, weil wir ja gesehen, Gewinnwachstum und der Umsatzwachstum ist weiterhin intakt und auch die Nettomarge, die wird immer höher, die wird jetzt schon von 18 auf etwa 21% ansteigen in den nächsten Jahren, so ist die Prognose. Und deswegen glaube ich auch, dass wir auch etwas höheren Preise kriegen werden. Also, ich kann jetzt hier leider nicht antippen beim Aktienfinder, nur hier vorne das Maximale sind, wie gesagt, 5%, aber ich denke mal, hier werden es ungefähr auch so 7% bis 8% möglich sein bei Procter & Gamble. Obwohl Procter & Gamble derzeit 10% überbewertet ist, haben wir immer noch etwa 5% bis 8% Renditeerwartung. Und ja, Procter & Gamble bleibt natürlich weiterhin in meinem Depot. Wie gesagt, ich fand es einfach sehr interessant, dass hier jetzt ungefähr 10% vom Kurs gefallen sind. Hier waren es ungefähr 10%. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ich komme. So. Ja, sind sogar wahrscheinlich ein bisschen mehr gewesen. Aber so in etwa. So, das war das zweite interessante Unternehmen, was sehr solide in meinem Depot läuft. Dann schauen wir uns das dritte an. Auch sehr solide und haben auch meine Kinder im Depot. Verschenke ich ja immer wieder. Wer mich öfters mal schaut, der weiß, dass ich Uni-Level meine Kinder immer wieder zu Weihnachten, Ostern oder auch zum Geburtstag mal verschenke. So, einer meiner Lieblingsunternehmen für das Fundament des Depots. Ja, Großbritannien mittlerweile, nicht mehr Niederlande, Uni-Level. So, wir sehen auch hier sehr solide. Die Gewinn pro Aktie ist am steigen. Der Umsatz ist auch weiterhin gut. Ja, Nettomarge bei 13%. Hier bei Uni-Level mag ich auch sehr, sehr gerne, dass sie fast 50% ihres Umsatzes auf den Emerging Markets generieren. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig und ein sehr entscheidender Punkt, was ein Pro-Punkt für Uni-Level ist. Nicht nur im westlichen Land sehr groß zu sein, sondern wie gesagt auch im Emerging Markets. Da kommen ja quasi die Schicht, die Unterschicht in die Mittelschicht. Und die wollen natürlich auch Sachen fürs Duschen, sich Körperhygiene, die wollen auch ein Eis essen, solche Sachen. Das bietet alles Uni-Level. Und deswegen sind die auch in den Emerging Markets sehr, sehr stark. Und mittlerweile auch fast 50% des ganzen Umsatzes generieren sie dort. Und das ist natürlich ein enormer Wachstumsmarkt. Und das kreide ich quasi oder das nenne ich bei Uni-Level als einen fetten, fetten Pluspunkt bei Uni-Level. Und deswegen auch weiterhin in meinem Depot, obwohl auch wenn es in den letzten 2-3 Jahren eher im Kurs stagniert ist. Es ist ja kaum gewachsen bei mir im Depot, vielleicht ein paar Prozent im Plus in den letzten 2-3 Jahren. Aber dennoch halte ich das Unternehmen fest, weil ich glaube in der Zukunft wird ja auch China, Indien, Afrika, Indonesien, alle stärker wachsen. Und da ist Uni-Level einfach sehr, sehr gut dabei und wird davon auch profitieren, genauso wie die Unternehmen in diesen Ländern. So, und jetzt schauen wir uns auch mal die Bewertung auch einfach mal an, wie es hier dazu steht. Wir sehen hier schon GPP, schon nicht mehr Euro. Und zwar, der faire Wert liegt bei 46 Euro umgerechnet bei einem 10-Jahr-GV von 20, also auf dem Niveau von Johnson & Johnson. Dann haben wir hier einen Kurs, also der faire Wert liegt bei 46 und der Kurs liegt bei 47. Also man sieht auch hier, wie bei Johnson & Johnson ist es eigentlich sehr fair bewertet, das Unternehmen. Dann können wir uns auch hier die Bewertung etwas genauer anschauen. So, das lassen wir mal, das machen wir mal weg. So, dass wir nicht so viele Linien haben. Und zwar auch hier die Hilfslinie mit rein. Wir schauen uns auch hier so mal an, wie das KGV liegt. Ja, das ist eher, schauen wir uns auch diesen Bereich mal etwas genauer an, also KGV 20. Die Durchschnittsdividende liegt bei 3%. So, und zwar, jetzt haben wir hier den Kurs, der liegt ja, ja wir lagen schon mal deutlich höher mit Unilever, wie man sehen kann. Und derzeit bewegen wir uns hier bei 42 und ich nehme an, wir werden hier so weiter wachsen. Und weil ich denke, dass Unilever sehr stark von Emerging Markets profitieren wird in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, nehme ich auch natürlich ein gutes Wachstum an. Also hier haben wir einen bereinigten Gewinn und den würde ich auch anpeilen. Denn, da sehen wir auch, dass auch das, ja, Dividende auch dort ungefähr ist, auch der Gewinn in diesem Bereich, das nehme ich dann auch an. Also bei 50 GPP, das wäre ja ungefähr der Stand vom Juli etwa, das in 3 Jahren zu erreichen, nenne ich auf jeden Fall realistisch. Und dann hätten wir aufs Jahr gesehen eine Renditeerwartung von etwa 9%. Und damit kann ich sehr gut leben, vielleicht sogar nachdenken, vielleicht Unilever jetzt in diesem Bereich vielleicht nachzukaufen. Das müsste ich mir jetzt mal genauer überlegen. Eigentlich habe ich ja noch AT&T auf meiner Watchlist stehen und auch mittlerweile sehr stark ARPEN aus Australien, Softwareunternehmen, Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen, ARPEN aus Australien. Die sind jetzt in den letzten Tagen um etwa 12% gefallen und die habe ich nur sehr schwach gewichtet und die überlege ich auch nachzukaufen. Und wenn natürlich jetzt Unilever für mich jetzt auch sehr, sehr interessant eigentlich ist als Fundament, müsste ich überlegen, ob ich Unilever vielleicht ein bisschen aufstocke. Das muss ich nochmal in Ruhe nochmal nachdenken. Also auf jeden Fall ist die Bewertung für mich sehr, sehr interessant. Bei 42% hier, britischer Fund, ist das Unternehmen fair bewertet und wir haben hier eine Erwartung von etwa 9% in den nächsten Jahren. So, das war das dritte Unternehmen. Jetzt schauen wir uns noch das letzte Unternehmen an, das wir auch die meisten kennen aus den USA. Und zwar Walt Disney. Ja, Walt Disney ist auch eine meiner größten Positionen. Aus dem Bereich Medien, die haben hier auch teilweise Schwierigkeiten natürlich jetzt gehabt, da ihre Parks geschlossen sind, aber natürlich positiv mit ihrem Disney Plus Streaming. Hier sehen wir Erwartung, Umsatz natürlich enorm nach oben. Die Netto-Marge soll auch wieder steigen. Ja, auch hier schauen wir uns die Bewertung mal genauer an. Was haben wir hier 2000, was nennen wir denn hier 2020? Ja, wir sehen schon hier, es ist schwierig zu bewerten, weil der Gewinn natürlich hier abgesackt ist. Hier ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Wir nehmen vielleicht mal den Cashflow. Ja, es ist schwierig zu bewerten. Also wir haben hier einen fairen Wert von vielleicht 55 Euro. Der aktuelle Kurs liegt bei 127 Euro. Ja, das kann man auch nicht so wirklich benennen. Also, schwierig. Bewertung bei Disney ist jetzt wirklich hier darüber einen fairen Wert zu generieren. Ist schwierig, weil die einfach hier natürlich jetzt einen Ausreißer haben, was normalerweise nicht passieren würde, wenn Corona nicht da wäre. Hätten wir natürlich einen sauberen Schnitt gehabt. Und deswegen ist die Bewertung einfach sehr, sehr schwierig jetzt. Wir gucken uns mal die Bewertung hier mal an, ob wir das hier hinkriegen könnten. Hier sieht es vielleicht etwas besser aus. Hier könnte man das schon besser machen. Was haben wir für ein KGV? Ja, das KGV ist in Ordnung. Wir können das Ganze hier auch betrachten. So, ein Durchschnitts-KGV, ja, hier so 16. Das passt. Also nicht, eigentlich gar nicht so hoch bewertet mit dem 16er KGV. Und dann machen wir mal das mal weg. Das können wir auch mal weg machen. Den Gewinn machen wir mal weg. So, mir leicht diese Linie hier, an die orientiere ich mich hier vorne. Hier haben wir den letzten Kurs noch gehabt. Hier liegen wir bei 153 in der Zeit. Also hat sich wieder sehr stark stabilisiert, Walt Disney. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, so, dass es natürlich so weiterhin wachsen wird. Ich denke bis zu 180 US-Dollar kriegen wir auf jeden Fall hin. Und da sind auch dann ungefähr 6% in den nächsten Jahren. Ist hier auf jeden Fall möglich. Ich habe hier auch ordentlich eingekauft, hier vorne bei, ja, wahrscheinlich hier so um den Dreh. Und ich denke mal, ich könnte hier auch, ja, 16% erwarten. Wenn man natürlich jetzt kauft, dann hat man natürlich nur 6% zu erwarten. Aber immerhin auch sehr solide. Ja, also Walt Disney ist meine zweitgrößte Position derzeit im Depot. Ist bei etwa 30% plus. Ich habe sie hier halt gekauft im Mai ungefähr so. Mai, April habe ich sie gekauft. Und, ja, die ist jetzt auch, wie gesagt, ordentlich im Plus. Ja, etwa 30% bin ich derzeit im Plus mit denen. So, also, Walt Disney ist schwer zu bewerten, aber dennoch machbar für Walt Disney. Mit Disney Plus haben sie auf jeden Fall einen super, super, super Bereich. Sich, ja, Cash-Bereich generiert. Aber auch ihre Parks werden demnächst auch wieder öffnen. Und dann werden sie da auch wieder natürlich sehr viel Cash generieren. Großen und allen kann man sagen, Disney ist ein sehr solides Unternehmen weiterhin. Und hier sehe ich immer noch 7, 6, 7% für die nächsten Jahre möglich an Rendite pro Jahr. Ja, so, also Disney bleibt natürlich auch weiterhin mein zweitgrößter Wert. So, jetzt haben wir wirklich 4 interessante, sehr solide Unternehmen, unterschiedliche Bereiche angeschaut. Und, ja, alle 4 Unternehmen halte ich für fundamental stark aufgestellt. Und eignen sich natürlich hervorragend für die Krokosche Pyramide, falls du das kennst. Am Video mal schauen, die Krokosche Pyramide. Und da eignen sich alle 4 natürlich hervorragend als Fundament. Aber immer noch dazu, das ist meine persönliche Meinung. Keine Anlagenberatung, sondern einfach nur Inspiration. Und dann war es auch schon für das Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen und hören uns demnächst mal wieder. Bis dahin. Tschö.